Hallöchen du Freund Mastel Freude kommt zu einer weiteren Folge von Lechelhausen was kann ich denn überhaupt nichts mehr Willkommen zurück zu lassen wir meinen Spätigen fähigen so wir sind hier immer noch an unserem Tiergatter und haben in der letzten Folge über das Erfolgsprojekt gesprochen ja um also englisch mit selbst so wir wo sie überhaupt die Kiste ach da ich dachte hätte ich auch reingezäunt so das hier das mache ich mal grad noch weg hier das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen blöd dass das Gras die Farbe ändert wenn wir hier in so einem Tiger Jungs sind bzw. hier so extreme Berge haben na gut extreme Berge ist ja versteht man was anderes drunter dahinten das sind eigentlich extreme Berge ich glaube in den nächsten Folgen erkunden wir mal ein bisschen die Welt dort wo wir noch wo kommt es nicht mehr nee nee der stirbt schon wieder nicht aus meinem künstlichen Rasen hier jeder Arsch der Abend in äh Zuckerrohr so ok wir haben jetzt hier 8 Felder da kommen jetzt die Tiere rein sorry pop 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 so also Schweine 1,2,3,4,5,6,7,8 das reicht so die haben ja auch ein bisschen die Augen vom Schwein geändert oder weil das so ein bisschen auch die Textur vom Schwein mit dem Update mit dem 1.14 Update die die Schweine die haben irgendwie seltsamere Augen die sind ein bisschen klarer jetzt oder bei dem Naturtextureback wollen ja auch die die Bilder alle ähm geschärft ja da kann man jetzt richtig erkennen das Schaf kann man nicht erkennen ist er überhaupt ein Schaf was ist das denn überhaupt was dann wollen Schaf sehe ich das Schaf nur nicht oder warum geht das hier nicht hä zu viele Schafe auf der Welt oder was was zur Hölle die Bank hatte ich aber schon mal halt 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 das geht nicht mehr das geht nicht mehr so viele Schafe sind noch hier gar nicht das ist eine Schildkröte Freunde eine Schildkröte die erste die wir hier sehen war das Rottenendermin ne halt wir haben schon mal eine gesehen und zwar hier drin oder irgendwo hier ey hier sind auch die Kandikel bekommen die alle her die Schildkröte soll ich dir das Wasser helfen oder was ja na gut vielleicht legt die hier hoffentlich hier Eier oder was machst du hier draußen irgendwo kommen diese ganzen Hasen her so kann ich jetzt warum geht das nicht ach hier geht's auf Gras geht's nicht doch jetzt geht's ok dann schnell bevor die Zeit wieder abgelaufen ist und es wieder nicht geht wie viel sind das jetzt hier 4 8 1 warum geht das nicht warte wenn es jetzt hier geht dann weiß ich woran das liegt ne hä warum geht das denn nicht ne Kuh geht auch nicht warte geht's hier ne jetzt geht gar nichts mehr freundlich ich glaube ich schlade mal kurz die Welt neu oder vielleicht wenn es Nacht ist ne ich geh mal hier kurz schlafen im alten Haus ich glaube ich schlade mal ganz kurz die Welt neu und hoffe dass es dann funktioniert ich habe übrigens mal die ganzen anderen Welten gelöscht ja die ganzen Testwelten und alles jetzt haben wir hier nur noch Jumping Up 7 diese alte Whetstone Welt ähm Let's Play 2017 Survival das war vor dem 50. Part das haben wir noch abgesaved und immer noch diese Adventure mit die wir euch euch irgendwann mal zeigen hab ich dir irgendwas ausgestellt mit den Tieren oder was PC-Erzeugung? Ne ich weiß nicht da ist übrigens dieses neue Texture Pack auch dieses Toy Story Texture Pack ich glaube das werden wir uns niemals anschauen funktioniert jetzt alles wieder sag mal hier die zwei Schafe geht immer noch nicht warum geht das denn nicht ich weiß nicht was hier los ist aber ne Kuh geht auch nicht jetzt geht schon wieder nicht sind da zu viel oder was die Kaninchen gehen überhaupt nicht mehr und das geht auch nicht mehr Pferde gehen nicht mehr Lama gehen nicht mehr Schaf gehen nicht mehr Schwein geht nicht mehr und ich krieg nicht mal die Meldung hab ich das vielleicht ausgestellt dass die Meldung nicht mehr kommt dass es zu viele Tiere sind dann kann man das anstellen hier tipps Spielnachrichten an das oder aha Eintrittseid kann momentan nicht verwendet werden die höchste von Tieren außer Wölfen, Fledermassen, Hühner und Blitzkinder sind würde reichen warum kann ich dann keine Hühner mehr ich fühl mich ein bisschen verarscht na gut wo ist das Diamantschwert so durchstürzen ihr mal von euch sind viel zu viele auf der Welt so viel habe ich auch hier kann ich bis vorhin das kann nicht sein die Kuh die stirbt mal das Schwein das stirbt mal aber unser Schaf im Wasser das bleibt dann das bleibt dafür immer und ewig du stirbst auch mal ein Lama ich du kommst leider auch weg diese ganzen Kaninchen kommen jetzt mal weg du stirbst mal hier ist ja so ein Spoiler und hier noch irgendwas da war noch was noch einer da ist ja noch einer geht bis zum klatschen so da oben war noch ein Pferd das da baue ich jetzt auch mal ab ich kann das nicht mehr sehen das wollte ich schon von was weiß ich wieviel folgen weg machen und es ist immer noch da bestimmt schon von 20 folgen was der Hölle wie tief ist das okay Schweine habe ich ja da ist das Pferd aber ja hat das denn gerade für den Punkt Träger gemacht so wo sind das sei zu viele tiere also ein braune schaf das der nächste hase wo willst du hin dass die falsche richtung wolle noch welche ganzen hasen her so kann ich weg mit weg mit weg mit weg mit der fiel so pilzkühe sind ja was anderes das denn das ist gestorben toter strauch ist hier das noch ein schaf der tiermörder das machen die ganzen tiere hier hier bin ich nie unterwegs wir sind von pferden aber die war eigentlich schon immer hier und schwarzes pferd krachtvolles tier was ist das hier überhaupt hier ach so einfach ein tischgang das ist noch ein schaf flieder das ist ein huhn hier war noch immer scharf gewesen oder da hinten waren überhaupt keine tiere habe schon die tiere gesehen da sind schwein da ist noch ein huhn so das war es jetzt aber oder komm das müsste jetzt mal reichen dann müsste dann immer noch ein paar wenig schweine oder na gut erst mal jetzt 1 2 3 4 ich mach das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr das ist noch so viel warte zählte auch die fische zu und die ganzen tinten fische jetzt ist natürlich kein einziger hier ist klar wie viele hasen sind hier was ist das denn jetzt system neue start wie bitte erinnere mich in vier stunden noch mal dran ich habe jetzt keine zeit ich muss tiere töten der axt schwingte wahnsinnige heute mal mit schwert so warum können die fische hier spawnen aber ich nicht meine dinger da was ist das denn jetzt hier hast du gerade geklaut da sind die denn bitte alle okay jetzt kommen meine schafe wo sind hier tiere wo sind hier tiere nicht mal schneehasen sind da drunter sind eisbeeren aber die werden das ja wohl nicht sein die armen eisbeeren die habe ich doch hier hingesetzt die bleibchen hier die sind nicht wo kommt ihr alle her ihr habt doch irgendwo ein nest hier ich guck mal in der tierfalle du stirbst auch da ist wie immer kein einziges tier drin wie soll es auch anders sein da ist noch eine kuh da ist schon wieder so einer ja okay das geht wirklich noch rote beete zusammen ranken eichensetzling schleimball ich habe gerade noch was gesehen eine kuh irgendwo hier wo ist die jetzt schon wieder hin ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich drehe hier bald am rad lama ok pferd ok panda ok kaninchen ok 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 was auch immer hier los ist ich würde jetzt ganz wissen vielleicht sollte ich das hier mal ausschalten npc erzeugung so so ich weiß es einfach nicht so hinten fisch weg mit dem das habe ich ja eigentlich alles an essen gefahren das unglaublich da ist schon wieder so ein hase da ist noch einer das war alles die schildkröte ich weiß es doch die ganze folge suche ich jetzt schon ich denke gerade engel der lebt die ganze folge suche ich jetzt schon irgendeinen weg die tiere dahin zu platzieren und es geht einfach nicht wo sind hier tiere die da die da das war nie probleme mitten auf der treppe hier sind die alle und das war so schon wieder hier drin können die eigentlich nicht sein da kommt schon so ok scharf sind fertig ne eigentlich nicht aber weißt du was weg damit ich versuche das irgendwann anders wieder so weg 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 da kann man eigentlich noch verwenden braune wolle weg himmel diese kleine an karten brote habe ich eine einzige bambus das kann wirklich weg aber lachs kann auch mal weg so manche überall noch einen zaun dran Und wenn ich da reinkomme. Super. Okay, das ist auch mal fertig. Sehr schön, sehr schön. So, kommt das jetzt weg? Sag mal hier, dieses ganze Fleisch und alles. So, das Fleisch kommt mal in die Küche. Hier oben in die Küche. Und hier ist das fertige. Hier ist das. Hier ist Brot. Dann kommt hier oben fertig rein. Das ist nicht fertig, das ist nicht fertig. Das ist nicht fertig, das ist nicht fertig. Und das ist nicht fertig. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das kommt alles ins Lager. Irgendwann sieht die Tür auch ein bisschen anders aus, oder? Ah, das muss ich endlich mal abbauen. So, Waffen. Nee, das ist kein Monster-Rückstände. Das kommt da rein. Das kommt rein. Hasenpfote. Nee, das ist das ja zum Traum oder sowas, ne? Tintensack. Feder. Äh, Wolle. Bam und bam. Andere. Nee, halt wichtige Dinge. Leinen. Zauber. Hasenpfote. Ganz hart. Guck mal grad so ein Schild her. Da kann ja gar nicht öffnen. So, also machen wir hier eine Kiste. Nether war als ein Block zerstörer. Nee. Fast. Einfach nur Nether. Gutzelah. Nether. Hier haben... Halt, stopp. Ach so. Äh, Farbe. Farbstoff hätte ich auch schreiben können. So, und hier haben wir... Blöcke. Ich muss das mal alles ein bisschen anders ordnen. Sagen wir, hier haben wir Stein drin. Nee, okay, das Blöcke, das hier ist... Einfach nur. Gutzelah. Stein. Gutzelah. Erde. Punkt, Punkt, Punkt. Passt nicht mehr hin. Nee, was soll das denn jetzt? Ja, gut, das passt jetzt nicht mehr, ne? Na gut, fertig. Weg damit. Freunde, die Folge hat schon wieder Überlänge. Ich krieg das einfach nicht hin. In der nächsten Folge... ...werden wir... ...die Welt hier verlassen. Gut. Also, nee, wir werden die Welt nicht verlassen. Wir werden hier unsere Insel verlassen. Und werden in die Richtung aufbrechen. Also, seid gespannt auf die nächste Folge. Im Survival-Mode, ja? Seid gespannt auf die nächste Folge. Minecraft, die Playstation 4. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao. Ich rüste mich jetzt erstmal...